Sei ein wenig verrückt, jongliere mit den Bällen des Lebens und investiere in dich selbst. Was meine ich damit? Ich bin einmal ein halbes Jahr als pinkes Einhorn verkleidet durch Mönchengladbach, eine Stadt in Deutschland, gefahren. Es war ein wundervoller Hügel, den ich mit dem Longboard und einer Ukulele bekleidet, den hügelrunder gedüst bin. Es war absolut geil. Und das empfehle ich jedem Menschen. Sei etwas verrückt, nicht nur an Karneval, nicht nur an Fasching, sei auch im wahren Leben etwas verrückt. Verrückt von der Norm. Verrückt. Sei verrückt und tu etwas Verrücktes, tu etwas Unvernünftiges, weil im Unvernünftigen entsteht wahre Kreativität. Lass dich nicht zu sehr von den Normen und Regeln einengen, sei verrückt, sei unvernünftig und überlege dir heute, was könnte ich mal wieder Unvernünftiges tun? Bei mir ist es oft das Unvernünftige rausrennen mit dem Longboard und einfach mal eine Runde, den Hügel runterrasen oder auch einfach mal einen Menschen anrufen, den ich schon ewig nicht mehr kontaktiert habe, um nachher wieder neuen Wind in die Partnerschaft, in die Beziehung, in die Liebe reinzubringen. Tu etwas Unvernünftiges. Lebt es mir nicht mehr kurz. Ich weiß mich, wenn du das war. Untertitelung des ZDF, 2020